Wir sind hier 600 Meter oberhalb des Bodensees gegenüber den Schweizer und österreichischen Alpen in der Kapelle auf dem Höchsten. Kein Wunder also, dass einer meiner Lieblingsplätze direkt vor der Kapelle auf einer gemütlichen Bank ist. Und ich lade Sie ein, mit mir auf diese Bank zu kommen zur Predigt. Boah, tut das gut. Endlich mal nichts tun. Ein paar Minuten Zeit, um auf einer Bank auszuruhen. Keine Termine, keine Telefonanrufe, keine E-Mails. Niemand, der an der Türe klopft und irgendwas ganz Wichtiges und ganz Dringendes von mir möchte. Wissen Sie, für mich ist hier oben dieser Platz vor unserer Kapelle auf dem Höchsten so ein Platz, um auszuruhen. Einfach mal hinsitzen, zurücklehnen, Ruhe haben, zur Besinnung kommen, die Gedanken sortieren und wahrnehmen, was ist um mich herum und in mir drin. Um mich herum die Natur, die Bäume, die Vögel im Hintergrund, der weite Himmel und die wunderschöne Fernsicht.